ja meine lieben herzlich willkommen bei aber natürlich herzlich willkommen in 7 days to die legacy aber da oben gehe ich erstmal rüber hier unten dürfte jetzt nicht mehr so viel sein um infektion brauche ich mir keine gedanken mehr machen das hat jetzt ist noch einer hier der dick ist schon erledigt weiter hinten hat mir ein zombie das wollte ich euch zeigen die huntingwürfel schematik mit gegeben das fand ich schon mal ganz nett dokumente ich habe schon gefragt was das ist ja und andere zombie hat mir hier halt noch mal im 30 mitgegeben ich glaube die lässt sich ganz auf die heute habe ich jetzt nicht wirklich lust aber schön dass man sieht wie sie alle aufbauen und alle irgendwie weiter mir vorbeilaufen zumindest so lange ich weglaufe machen wir es mal so oh die tun sich weh der hier doch ich höre es da wisst ihr ja dachte die immer so weg holen müssen warte doch mal einfach mal geht doch ist jetzt nicht unbedingt das was ich haben wollte aber naja ist es da oh ich muss schon auf die zeit achten ich war noch nicht so weit digga nochmal her weiß ich jetzt beides mit ja komm 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 ich kann dich nur prügeln also komm her was hast du denn hallo probleme oh ich könnte auch mal so machen alter was ist mit dir nicht in ordnung ach komm her machen wir es halt so hey nun lauf mir mal nicht weg ich brauch dich so klar genau geht doch das kann ich aber auch schon mal auseinandernehmen oder lassen wir es ne machen wir zu Hause das ist auch gut in diesem Falle ja das kommt dann gleich zu dir mhm hier in der Wüste so alle rumliegt boah wo haben wir denn den nächsten ist immer so die einfachste Art halt wieder zu sammeln warum denn nicht nutzen was allerdings problematisch werden könnte ist tatsächlich die Uhrzeit immer schneller weiter suchen so keine da na toll aber ich glaube hier oben habe ich auch noch keine Nester gesucht dann könnte ich das hier oben machen offensichtlich doch ja du kamst mir ein bisschen zu schnell auf ihn das ist vielleicht nicht unpraktisch wenn mir zu warm wird ich weiß nicht ob das damit geht aber vielleicht geht es ja die brauche ich noch nicht mehr die brauche ich nicht mehr habe hier genug von so wo haben wir denn noch was ist denn hier unten eine Straße na super und da könnte ich noch ein bisschen hinlaufen vielleicht habe ich ja Glück andere Seite sieht nach Wald aus ja das sieht schwer nach oh da hätte man auch gut bauen können na nü die unter Wasser geht so ein bisschen dann auch aber ist schon nicht so nicht so schlecht von der Optik her oh da ist auch irgendwas sieht noch ein Händler aus können wir mal nachgucken ich habe mal wieder zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen ist auch nicht falsch es wäre aber schön wenn ich dann auf dem Weg nach dort noch ein paar Nester finden würde oder ein paar Geier wie gerufen komm beartig komm zu mir na komm schon geht doch nicht weglaufen nicht weglaufen so und der nächste bitte so haben wir auch die Fall was hat denn der wohl mit ja nix wirklich brauchbares dann squelten wir die auch haben wir also noch zu Hause jetzt kommt man nach hier unten und weise muss ich auseinander nehmen das brauche ich auch nicht dann kommen wir dann zu mir ich sehe hier keine Nester was ist das ein Problem hätte sie den mal aufjagt ein Huhn ein Huhn warte ich biege ab wo bist denn du ach da bleib hier wo bist du denn da geht doch kriegen wir gleich noch ein bisschen Fleisch dabei ist auch nicht so falsch so ein Adler und da hinten das sieht mir momentan schwer nach dem Händler aus hallo ich brauch dich und das sag ich selten viermal geschossen wofür da war wieder Panik drinnen da noch ein Huhn noch ein Nest und alles ist gut noch viele Nester wäre natürlich besser da ist ja mal wieder eins wie schön da kam ein paar Fehl an drin aber beim nächsten also auf dem Rückweg gehe ich dann nach oben lang dann sollte ich vielleicht auch noch ein paar fliegen der Motzen Gott du bist doch viel zu weit weg da gibt es keinen Grund zu motzen wenn du so weit weg bist auch wie nett ach so so einmal das und die kann ich hier wie wieso kann ich die denn nicht das geht nicht konnte ich doch so war gleich hier vorne irgendwo 1859 ein paar Minuten habe ich noch ja ne sieht nicht aus wie ein Händler also jetzt zumindest nicht gleich nochmal gucken ja wie ein Standard wenn überhaupt was machst du eigentlich in der Wüste da kannst du nichts ordentlich anbauen und so weiter gucken wie viele Nester habe ich äh 328 ja das geht auch ich sehe ein Anfang oh ich habe noch einen Hohn gehört mal gucken ob ich gerade auch den Hohn gehört aber erstmal kriegt er hier einen Hohn jetzt mal gucken ob ich damit was anfangen was kann ich denn damit überhaupt anfangen nichts oder used to clean carpets contains keine Ahnung es ist selten dafür finde ich das ganz schön häufig so Hohn oh auch gut da ist ja noch eins nicht schön sowas zu finden noch keine Kränen was ist denn das da geht aus wie ein ganz normales Haus in der Wüste na ist das dein Haus in der Wüste kann ich verstehen dass du nackig da bist ja nutzt aber nichts Vitamine sind nie falsch auch nicht in der Wüste noch ein paar Federn schön ist ein kleiner Vorposten gucken was der so hat na nix echt mal wofür brauchen die denn sowas das brauche ich jetzt nicht ah ist da doch einer da sag's hin oh warte mal was ist denn hier habt ihr dann auch Mienen hier in den Gleim geht doch eine Schatzkarte eine Schatzkarte ein Messer das kann ich skaten das nehmen wir mit so darf ich jetzt gucken wie schön eine Marete und das brauche ich nicht kann ich meine Marete ja verbessern ist ja auch schön ich mag das wenn ihr so tiefen schlafen oh auch nicht schlecht achso was ist denn das von Modition 9mm hier können wir direkt in die Kiste auf dem Rübich halt wieder unten rumgehen und ab in die Kiste schmeißen fähig ist gucken wir erstmal hier hat sich ja dafür auch dann schon wieder so ein bisschen gelohnt kann ich den gut verkaufen oh ja nehm mal mit die wird dann auch verkauft kann ich das auch hier mit öffnen ne das dauert mir zu lang na Wahnsinn jetzt war ich auch mit der Pömpel da noch in der Lack jetzt kann ich doch sköpfen oder nicht na klar ähm den da so liest du noch weit rum ne ne ja dann würde ich sagen ähm gehen wir jetzt wieder Richtung Heimat und gucken ob wir noch etwas unterwegs sind wo ist denn Heimat da ganz hinten aber ich würde dann ganz gerne doch hier so einen Bogen machen in der Hoffnung finden wir das eine oder andere sieht aber gerade nicht wirklich nicht wirklich da noch aus na vielleicht da drin ja kann ich nichts mit anfangen das habe ich schon mal nachgeguckt ich habe jetzt nicht gesehen dass ich die irgendwo drin verwenden könnte um mir tolle Sachen zu machen eine Uhr brauche ich auch nicht in Zeiten wo es Handys gibt braucht man keine Uhren mehr und ein Sud das können wir mal mitnehmen das steht hier so dumm rum das können wir wohl machen wo es denn gerade hier ist ich dachte da wäre eine Tüte war wohl nichts okay das hört sich hier öfter so an als wenn ich über Dinge drüber laufe aber das ist normalerweise eben bei dem Holz was hier so rum liegt auch so ich habe hier doch zwei so schwören können dass ich jetzt so zwei nehmen dann alles hin das habe ich nicht auch schon da ist noch eins wie schön also Federn sollte ich dann für die nächste heute erstmal genug haben und dann kann ich schon wieder auf Federnsuche gehen wieso ach da habe ich doch richtig gesehen die habe ich auch erstmal an der richtigen Stelle jetzt gepackt in den Kisten ist ja dann auch nicht so unpraktisch weil ich ja immer noch keine Nester ach dann können wir auch hier bleiben das ist mein Hase der ist jetzt nicht warte mal ich würde ganz gern wie gleich zwei dann gucken wir mal und lebt sich daneben ist auch recht die Zeit machen jetzt fertig kenne ich ja nichts das ist wieder was für ein Händler freut er sich oh Bananas direkt mal futtern schon lange nicht mehr so schaffen wir das noch bis 22 Uhr ich glaube eher nicht wird dann auf jeden Fall lustig da will ich jetzt nicht so runterfallen auch schon ich habe ihn noch gesehen ich habe ihn noch vergessen jetzt können wir das eigentlich auch langsam mitnehmen ich habe ihn jetzt da vorne noch einen Kollegen gehabt ich habe die Fischdosen mit naja jetzt wird er warm ist klar jetzt musst du kurz warten geht es hier nicht so irgendwie steil runter da bist du ja warte mach hier so besser ich habe den noch nicht fertig warte gefälligst was lass das und jetzt nichts aber unverschämt so fertig ist ja nicht mehr nett hier oh ich glaube ich sollte jetzt mal so ein bisschen auf meine Gesundheit achten du bist das komm her hallo komm das ist das ist aber jetzt verarschung gewesen aber so richtig Nagelbox können wir auskrippen okay dann gehen wir jetzt doch auf den direkten Weg erstmal nach Hause weil ich sollte mal kurz was anständiges essen warte mal sonst kriege ich Probleme ich glaube aber ich habe auch was mit oder also zwangsläufig halt was mit ähm da he he wie gut dass ich das gemacht habe aber du kriegst jetzt noch einen und dann ist fertig das gibt es doch gar nicht es ist aber wirklich gut hier wo kommen wir denn da hin jetzt will ich nicht mehr okay das nehmen wir noch mit aber ich wechsle mal auf Pistole weil jetzt sollte ich mir keinen Schlag mehr erlauben ich glaube das wäre nicht so gut ja das können wir jetzt auch den Kochbord weg damit und das kann auch weg und das können wir äh ach das ist schon schießt ich wollte nach Hause habe ich gesagt warum mache ich nicht einfach der Weg ist so weit ne ich will nicht ich habe keine Lust mehr zu spielen sonst geht das schief und außerdem ist mir ganz schön warm ja ja das ändert sich dann gleich wieder wo ist meine Pistole alter das habe ich doch nie gemacht ne geh weg oh du Schneegebiet auch nicht so ganz falsch zumindest wenn ich schnell nach Hause kommen will und so Sachen muss ja auch passen nicht drum dagegen laufen das wäre ja jetzt auch schön ja ja die wird gleich kalt aber so richtig ne ich will nicht ich bin ja gar nicht mal so so ganz da 21 Minuten ich habe sowieso in der letzten Zeit viel überzogen da macht das jetzt auch nichts aber ich glaube ich habe glaube ich habe falsch geguckt doch nicht warum brauche ich immer so lange also ich jetzt tatsächlich gucke da immer rein und warte und warte und warte bis ich das dann endlich mal mitnehme und da ist noch ein Nest genau das meine ich da fällt man im Nachhinein auf äh warum wartest du so lange ich weiß es nicht so geht na guck das war ein kleiner Abstecher in Richtung Schnee und jetzt muss ich einen großen Abstecher in Richtung Hause machen naja ohne zu stolpern wenn ich jetzt stolper bin ich tot das weiß ich so und dann gehen wir direkt hinten rum dass sich die Munition auch loswerden kann und dann ist gut das ist gar nicht so immer so Stückchen nur laufen jetzt kann ich ja richtig laufen gucken jetzt weil da jetzt möglichst schnell hinkommen halbe Ingame Stunde noch hat das mit der Zeit ganz gut gepasst eigentlich und wenn sie jetzt anfangen zu laufen und ich kriege noch einen Schlag ab dann ist ja auch unschön da sind wir schon fast da ist also nicht so falsch und ich habe sogar noch ein paar Minuten Zeit das ist dann perfekt und dann werde ich mir jetzt erstmal was ordentliches zu essen machen dass ich wieder ach ne ich habe brauche ich ja gar nicht ich habe doch die großen Dingens da muss ich hin wenn ich nicht irre meine da hätte ich ja da sind sie doch haben wir geschafft wie schön ja sind wir halt zu Hause angekommen klein wenig spannend ist es ja auch gewesen denke ich na klar du kannst mich auch mal ähm das ist mal hallo achso da okay ernsthaft ist natürlich sehr klug so jetzt mache ich irgendwie Munition hierin mein Lieber und haben wir ja noch mehr Munition naja und so dann gehe ich eben nach hinten wir brauchen den Kram an die Seite und wie das halt so ist so dann haben wir noch mehr Munition was ist denn das 44er kommt also hier und ne das ist die bessere ne weil das eigentlich völlig wurscht ist die war und die war und die war und also muss das so und das ist steht überall wo und also steht was drin machen wir es halt okay das war es schon na denn alles gut ja dann räume ich die Sache mal eben drin und dann dann stellen wir uns in der nächsten Folge wieder denke ich bis dahin bye bye dann bis dahin mal